Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoCraft und herzlich willkommen zu einer weiteren Einsendung. Da hat sie sich gerade aufgebaut, die Einsendung, und wow, das sieht auf jeden Fall auch schon wieder sehr, sehr, sehr interessant aus. Und ich freue mich schon, diese Einsendung erkunden gehen zu können. Diese Einsendung ist nämlich wieder eine VHS-Einsendung. Oh, my Lords. Ein Jahr später trotteln die immer noch bei mir ein, diese Einsendung. Okay, davon hatten wir jetzt schon einige Einsendungen. Was sind VHS-Einsendungen? Videokassetten? Nein, VHS steht in diesem Fall für Volkshochschule. Ich hatte letztes Jahr einen Workshop in Oberursel zum Thema Smart Home in Minecraft gegeben. Und dort hatten die Teilnehmer des Workshops die Gelegenheit, Häuser zu designen, smarte Häuser zu designen, mit der Aufgabe, Redstone-Techniken zu nutzen und dabei zu überlegen, wie man halt ein echtes Smart Home bauen kann, was auch realistisch tatsächlich gar nicht mal so unspektakulär ist. So, und ich hatte dann gesagt, dass ich die schönsten Sachen nochmal auf YouTube vorstelle, aber ihr das auch gerne einsenden dürft. Und hier ist tatsächlich wieder eine von diesen wunderschönen Einsendungen rausgekommen. Wir sehen hier eine sehr, 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 sehr große Einsendung. Eine sehr schön designte Einsendung. Das übertrifft nochmal das Haus, was wir neulich hatten. Da erinnerte ich mich schon, ein tolles Haus zu haben. Wir sehen nochmal, was daraus geworden ist. Ganz, ganz tolle Sache. Eben gleich zu Beginn vorweg, für die, die es gerne wissen wollen, ja, auch dieses Jahr werde ich wieder einen Kurs in Oberursel anbieten. Ich werde auch bald das nochmal öffentlich hier auf YouTube announcen. Aber erst wird dieser Kurs im örtlichen Bereich anmeldbar sein. Ihr solltet also vielleicht das Programm der Volkshochschule Hochtaunus im Blick halten, wenn ihr schnell genug einen Platz da haben wollt. Denn erfahrungsgemäß, nachdem ich das hier auf YouTube angesagt habe, zumindest letztes Jahr war es so, dass die Plätze relativ schnell weg waren. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist. Vielleicht ist es dieses Jahr auch anders und die Leute sagen, ne, The Geocraft, mit dem tue ich mir sowas nicht nochmal an. Aber ich möchte mal gerade feststellen, wie cool dieses Gesicht aussieht. Also, das Haus, das lebt ja richtig und wir waren noch nicht mal drin. Nun, worum geht es hier erstmal? Es geht hier um das Smart Home Team. Die haben das nämlich gebaut und zwar, Titel der Einsendung ist Smart Home. Ein Smart Minecraft Villa. Villa bei TechSmart. Habe ich das so richtig vorgelesen? Ne, TeamSmart. Team, TeamSmart. So haben sie sich genannt. Schmart. Ich habe das falsch ausgesprochen. Und die schreiben dazu nochmal, dieses Projekt ist über bla 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 bla. Okay, das, was ich alles gerade schon gesagt habe. Das muss ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Also, liebes Team Schmart. Ich bin gespannt, nun hier auf eine Erkundungsreise zu gehen. Ich hoffe, ihr, liebe Zuschauer, seid es auch. Denn allein vom äußeren Anschein her verspricht diese Einsendung höchst interessant zu werden. So, hier beim Start der Einsendung finden wir nochmal die Köpfe der Erbauer inklusive einer Kiste mit verschiedensten Büchern. Also, ein bisschen Literatur darf nicht fehlen. Und was haben wir noch hier? Wir haben ein Adminhaus. Wir haben ein Abflussschlüssel. Alles klar. Was auch immer ein Abflussschlüssel ist. Wir haben jetzt Platz genug. Und siehst du das Gesicht? Sieh ich das Gesicht? Achso, das Gesicht. Ja, das Gesicht habe ich gesehen. Wir haben ein THC Community. THC Community. THC Community. Wir haben Merchandise. Alles klar. Hashtag Link in der Beschreibung. So, und hier ist der offizielle Eingang. Mit dem Knopf machen wir bestimmt das was. Ja, auch schön. Das ist, das ist Liebe auf den ersten Blick. Ich liebe es, wenn man kleine Spielereien macht. Also, kleine Redstone-Spielereien könnte mich immer für gewinnen. Also, wie entstand der Name Schmatter? Okay, ich glaube die Literatur, Leute, die könnt ihr euch selber mal geben. Da will ich jetzt euch nichts vorwegnehmen. Faule Hausrede. So, ich möchte gerne das Haus erkunden gehen. Ich glaube, wir haben alles, was wir benötigen in unserem Inventar. Und jetzt heißt es erstmal rein ins Haus. Liebe Leute, wenn euch das Haus gefällt, downloadet unbedingt das Haus und probiert es selber aus. Und falls nicht, geht es jetzt hier los. Also, das Erste, was mir gerade auffällt, wenn ich hier mal Time Set Night eingebe, sollten ja meine, 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 alles geht hier an. Aber da sind auch Daylight Night Sensoren drauf. Trotzdem, nice gemacht. Auch hier die kleinen Skulpturen. Wir haben hier einen wunderschönen Fußabtreter. Willkommen. Post an Familie Schmatt. Oh, die Tür kenne ich. Wow, nice Klingel. Die auch richtig gestimmt ist. Konntet ihr das hören, Leute? Habt ihr das gehört? Müsste doch hörbar sein, oder? Wo waren eigentlich hier Pistons und so ein Kram? Blocks. Machen wir das mal ein bisschen weniger. So. Dann haben wir hier den Briefkasten. Der Briefkasten, ist das dieses Ding, was ich schon mal gezeigt habe? Ja, das ist tatsächlich der Briefkasten. Also, damit ihr wisst, das ist eine Tür, die ich, glaube ich, mal irgendwo mal vorgestellt hatte auf YouTube. In diese Tür kann man Post einwerfen. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Wir haben nämlich einen Briefkasten. In den kann man, keine Ahnung, irgendwelche Briefe einwerfen. So zum Beispiel. So, zack. Die gehen dann hier rein. Wunderbar. Und wenn ich allerdings in den Briefkasten den Admin-Haus-Schlüssel einwerfe, dann öffnet sich diese Tür. Ich kann durchspazieren. Und wenn ich jetzt hier rauskomme, seht ihr, hier kommt mein Schlüssel raus. Ich glaube, die haben die Tür nochmal ein bisschen modifiziert. Haben sie. Tür verriegeln. Post bleibt im Briefkasten. Der Briefkasten wird geleert und Items ins Lager transportiert. Oh, wie krass. Jetzt wird der Briefkasten hier geleert. Was haben wir hier noch Schönes? Oh, wie cool. Die Items aus dem Briefkasten werden jetzt ins Lager transportiert. Und wo ist der Briefkasten eigentlich? Ich glaube, das war der Briefkasten. Warte mal, nochmal ganz kurz. Also, die haben diese Tür deutlichst verbessert. So, die Tür ist eine automatische Tür. Das heißt, ich öffne eine Tür und... Oh, yeah. Und die gesamte Tür geht auf. Genau, das ist das Konzept, was ich auf... Ah! Das ist das Konzept, was ich auf YouTube hatte vorgestellt. Ähm. Aber das mit dem Briefkasten haben die verbessert. Die haben den Briefkasten um einiges verbessert. Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie der Briefkasten funktioniert. So. Den Schlüssel bekomme ich hier. Ja. Wo ist meine Post? Oh, da ist die Post. Wie cool ist das gemacht? Meine Güte. Nice. Die Post ist jetzt hier drin. Also quasi in der oberen Kiste. Und wenn ich jetzt den Kabel hier umlege, wird die Post automatisch ins Lager gesendet. Das ist richtig, richtig, richtig gut gemacht. Mensch. Dann geht das in die Küche. Ja, haben wir die Möglichkeit, Licht einzuschalten. Wir haben jetzt Night Vision an. Ähm. Aber wir sehen, dass es mit dem Licht funktioniert. Auf jeden Fall. Wenn du Hunger hast, drücke mich. Dann drücke ich dich. Uh. Ich kriege einen Apfel. Nicht nur einen Apfel. Ich kriege sogar zwei Äpfel. Subi. Dich gleich wieder in den Müll werfen. Denn es ist kein angebissener Apfel. Oh. So. Zu holende Items hier entnehmen und die untere Kiste legen. Lagerbestellungskiste. Ah. Ich kann hier Items aus dem Lager bestellen. Okay. Das ist dann klassische IMS-Technik. Gehe ich mal davon aus? Ja. Klassische IMS-Technik. Also, Minecraft geht ins Lager und holt Items. Klickt mich an. Klickt mich mit Kohle an. Echt? Passiert da was? Äh. Will ich ausprobieren. Ah. Nice. Okay. Das ist cool gemacht. Das ist ein schöner Effekt, der dabei entsteht. Es sieht wirklich so aus, als ob man kochen würde. Weil das, ähm, hier Minecraft mit Furnaces sind. Also haben die doch noch eine Verwendung in Minecraft. Denn mit diesen Minecraft-Furnaces kann man so tun, als ob man kocht. Ja, schick, schick. Was haben wir hier Schönes? Haben nochmal einen Mulleimer. Wir haben, äh, bitte immer nur ein Item zurück in der Kiste. Bestellte Items. Also das sind die Items, die hier aus dem Lager bestellt worden sind. Cool. Ich glaube mal, dass die Technik funktioniert. Oh, nice. Hier gibt es noch mehr nice Sachen. Und zwar ein Kaffee. Mensch. Ja. Super. Danke. Jo. Ja. Ja. Ich fühle mich, ich fühle mich sofort viel besser. Okay. Also Kaffee. Dankeschön dafür. Vielen Dank für den Kaffee. Tür verriegelt. Ah, da kann sie von außen nicht mehr geöffnet werden, ne? Hier wird die Kierkarte geschluckt. Okay. So. Licht-Eingangsbereich. An-Aus. Wunderschön. Das ist wirklich ein Smartphone. Vernetzer, intelligenter Spielerzähler. Ah, das ist diese Technik. Ja. Ja. Nice. Äh, auch eine Technik, die ich mal vorgestellt hatte. Wie cool auf jeden Fall, dass ihr das alles hier so umgesetzt habt. Das Smart Home wurde fertiggestellt. Smart News. Wow. Wie viel Arbeit die sich gemacht haben. Guckt euch das mal an. Die haben sogar ein eigenes Fernsehprogramm eingerichtet. Und zwar die Smart News. Das Smart Home wurde fertiggestellt. Wow. Was für eine krasse Einsendung. Ich bin übelst geflasht. Und ich bin noch nicht mal aus dem Erdgestockwerk raus hier. Das ist... Wow. Klopapierspender. Ja, das ist Luxus pur. Spülung. Ah, die funktioniert bestimmt auch, ne? Oder? Was macht denn die Spülung hier? Die Spülung muss doch irgendwas bestimmt machen. Die sendet hier Redstone-Impulse. Und eieieiei. Ist das eine komplizierte Toilette? Wow. Okay. Also, die macht bestimmt irgendwas, die Spülung. Ich hab's noch nicht genau verstanden. Was? Was haben wir hier? Tür schließen. Öffnen. Ah, ne. Das ist Licht. Und das ist Tür schließen. Tür öffnen. Wenn man auf dem Logo sitzt, kann man auf den Knopf auf den Boden treten mit den Füßen. Und dann entschließt die Tür. Finde ich auch cool. So. Und das Schöne ist, dieser Spielerzähler hier. Das heißt, wenn ein zweiter Spieler in diesen Raum reingeht, merkt sich das das Zimmer. Und wenn jetzt ein Spieler den Raum verlässt, seht ihr, gehen die Lampen noch nicht aus. Ist das ein Feuermelder? Ähm, und wenn der zweite Spieler den Raum verlässt, dann sollte jetzt alles ausgehen in diesem Zimmer. Ja, boah, cool. Und auch der Kamin geht aus, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, passiert hier einiges. Wenn ich den Raum betrete, ähm, kommen nochmal die Äpfel hier? Werden die auch nochmal hier gespawnt? Ja, offensichtlich. Also, das ist cool, dass die Äpfel einfach auch sofort hier gespawnt werden, dass man auch sofort was zu essen hat. Ein Esstisch lässt sich ausklappen und einklappen. Äh, hier geht einfach um den Hauptbereich zu kommen. Was für eine Keycard denn? Ist das die Abflussschlüssel oder nicht? Wahrscheinlich ist es die Admin-Key-Karte. Jo! Secrets, Secrets. Bestimmt ist hier irgendwo was dahinter an. Hier ist überall Redstone-Technik dahinter. Die wird bestimmt anfangen zu klappern und klacken, wenn hier Technik läuft. Okay. Es geht weiter, es geht weiter. Wir sind gerade in einem Secret. Secrets gehören auch irgendwie immer dazu. Lichteingangsbereich an aus. Lichtküche an aus. Feuerofen an aus. Nether-Portal an aus. Mensch, krass, man kann hier alles steuern. Ausrüstungsraum haben wir unten. Das heißt, wir begeben uns nach unten. Ausgang. Bogenschuss-Game. Achso, man kann hier switchen. Lou, man kann hier switchen. Bitte fallen. Bogen entnehmen. Und dann geht es hier rein. Zombies fallen lassen. Eikaramba, wie krass ist das denn? Ich hatte früher auch mal so ein Bogenschuss-Game gebaut. Das ist eine uralte Sache, die ich mal gebaut hatte. Boah, wie cool das gemacht ist. Wo kommen die Zombies her? Sind das Spawner? Ja, das sind Spawner. Boah, das ist gut gemacht. Aber woher kommen die Items für die Spawner? Haben sie die generiert? Wahrscheinlich werden die irgendwo generiert, diese Items. Oh, ich will gar nicht wissen, wie kompliziert die Technik ist. Respekt. Dass das Bogenschuss-Game funktioniert, glaube ich, den Erbauern. Das muss ich nicht überprüfen. Was haben wir hier unten? Das ist der Hauptbereich. Meine Güte, wie komplex das Ding bitte schön ist. Wie kann ich jetzt hier verschiedene Sachen... Oh, wow. Innovativ. Das ist innovativ, Leute. Das ist richtig innovativ. Allein hiervon gibt es schon 100 Punkte, dass man so einen Verstärker benutzt. Das funktioniert ja. Ah, da kann man das System aushängen. Okay, also das System lässt sich tatsächlich übertricksen. Aber trotzdem, krass gemacht. Anzieh kann man leider nicht nachfinden. Achso, man hätte sich hier hinstellen können. Okay. Trotzdem gut gemacht. Amboss rufen. Amboss. Hallo Amboss. Wie geht's dir, Amboss? Jo, bestens. Zum Enchanten und Home-Kino. Ei, 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 ei. Pfeil drehen. Das ist, genau, das Design kennt man noch von IOSA 100 und Craft Attack. Bunkerlager, Kino, Fernsehraum. Okay. Ei, 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 ei. Hilfe, wo sind wir hier in diesem Haus? Ich find mich gar nicht mehr zurecht. Ich höre es nur klicken und klacken. Müll. Notausgang. Ach, du Scheibenkleister, das ist riesig. Ich geh mal hier entlang. Lager. Das sieht mir ganz verdächtig nach Lager aus. Nicht einsortierbare Items im Lager. Okay. Das hier scheinen Items aus dem Lager zu sein. Oder auch nicht. Was für ein großer, cooler, schicker Raum. Sieht irgendwie nice aus. Mit dem Toten of Undying da vorne dran. Gut, wo geht's hier entlang? Hier geht es, ähm, hier herunter. Bunker. Notausgang. Hilfe. Fernsehzimmer. Notausgang. Fernsehzimmer. Ah, hier sind wir gelandet. Okay, nice. Und in Minecraft sieht man The Void. Jetzt im Kino. Sie sind es nicht mehr gewohnt, in einer hektischen und schnellen Welt zu leben. Der neue Superfilm von Joseph the Joe Craft präsentiert The Void. Mit Stille und Leere. Eine geballte Stunde lang. Doch werden sie es aushalten können, auf ihren vier Buchstaben zu sitzen und das Programm in sich aufzusaugen. Oder werden sie dem Drang... Nein, ich will raus, hier ist es. Was habe ich noch schönes? Mülleimer. Mhm, okay. Es klickt. 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 Bunker. Admin. Es klickt. Es klickt nicht. Okay, dann, äh, Abfluss. Abflussschlüssel. Hierfür braucht man einen Abflussschlüssel. Ich verstehe es nicht. Krasse Tür. Schicker Bunker. Nice. 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 Das ist auch schön gemacht. Ui, hier gibt es ja wirklich alles. Ah, das ist ein Bunker. Ja, der Bunker ist gut. Der hat vor allem eine dicke, fette Tür. Finde ich gut. Gefällt mir. Dann lasst uns mal den Notausgang testen. Das habe ich noch schönes. Bitte nicht rennen. Rutschgefahr. Okay. Und hier? Ist das schon der Notausgang? Hilfe. Wie groß? Wie groß ist das alles hier? Äh, nö. Das ist nochmal ein anderer Raum. Das ist ein Stühle- und Tischraum. Mit, mit einem Papageichen. Hallo, Buddy. Komm, komm, komm. Ja, nein. Nein, nein. Er möchte nicht. Okay, er hasst mich. Wo ist denn der Notausgang? Ist das hier schon der Notausgang? Nein. Schallplattenerkenner. Bitte Schallplatte einlegen. Erklärung. Erklärung. Schallplattenerkenner.tm ist ein Produkt aus dem Hause Smartroom Business IT. Ist das Gerät? Erkennt den Namen der Schallplatten. Aha. Dann Cat. Ah, verstehe. Okay, alles klar. Oh, da kommen noch Erinnerungen auf, wenn wir diese Musik hören, oder? Nicht rennen. Ah ja, das ist der Notausgang. Okay, Notausgang funktioniert auch. Schmart haben wir nochmal hier. Und hier unten sehen wir nochmal Schmartaum. Äh. Ähm. Äh. Äh. Okay. Weiter geht's. Wir waren noch gar nicht durch. Wir waren immer noch hier in dem Bereich. Ah, das wird auch abgeschaltet, wenn man durchgeht. Guck mal, das wird nach der Zeit abgeschaltet. Ja, hier hat man alles gedacht, die Jungs. Ich wollte gerade sagen, was ist, wenn ich jetzt den Notausgang benutze? Dann gehen die Lampen hier ja noch an und so. Meine, krass. Ah ja, da ist auch wieder so ein Zähler. Okay, jetzt ist der Moment gekommen, wo es mich ein bisschen nervt. Ähm. Die Lampe an im Pool ist Wasser. Ei, 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 ei. Süß. Einen kleinen Kicker gibt's auch noch. Äh. Äh. Okay. Garten. Chillout Area. Pool. Garten. Chillout. Das ist der Garten und Chillout. Der sieht auch mega cool aus. Schicker Gartentisch. Oh, süße Putsi, 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 Putsi. Oh. Oh. Hallo. 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 Ich habe Angry Birds geguckt, den Film. Oh Gott. Ähm. So. Sieht auch nicht schlecht aus. Hier mit dem Billardtisch auch noch mal hier eine weitere Jukebox So, was haben wir noch schönes? Wir haben hier einen Kreuz-Matrix-Raum. Bitte erst ganz am Schluss ansehen. Okay, 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 bitte Kikert hier einlegen. Alles klar. Achso, das ist auch noch mal so ein Durchgang, verstehe. Um hier reinzukommen. Gut, was haben wir denn dann hier oben? Hier oben haben wir einen wunderschönen Dachjarten mit Slimebau und Ah, Zockerball. Okay, hier kannst du... Oh, schicker Pool. Was für ein Pool. Den finde ich cool. Achso, das macht den Pool-Dings an. Was haben wir hier? Oh, das ist ja mein Nice gemacht. Frische Äpfel. Äpfel gibt es hier irgendwie genug Schallplatten ausgeben. Ja, nice gemacht. Auf jeden Fall ja auch mit dem Balkon. Der kleine Strandbereich. Das ist liebevoll. Einfach liebevoll geschaltet. Zur Sauna. Es gibt eine Sauna. Sauna ist immer cool. Real Life. Ah, das ist... A Shower. Die... Ich nicht weiß, wie man sie anschaltet. Ah, Notenblock drücken. Natürlich. Obviously. Und damit die Sauna. Hm. Äh, lol. Achso, das ist der automatische Ofen hier. Okay. Ah, nee, das ist nicht der automatische Ofen. Ähm, das ist die Technik, die den Pool dann ein- und aufklappen lässt. Auch nicht schlecht. Ja, dann. Das ist cool gemacht. Hier mit so einem tiefen Sprungturm. Und der Pool lässt sich wahrscheinlich ein- und ausfahren irgendwie. Was haben wir hier ein schönes? Ah, Sitze im Whirlpool. Oh, radiant. Es gibt hier auch noch eine Bar. Oh, wie schön, dass alles designt ist. Es ist so liebevoll designt. Wir haben ein Minecart. Was tut es? Es fährt. Es fährt sehr laut. Es bringt mich runter. Es fährt. Es bringt mich hier hin. Aha. Hier ist ein Basang. Ich bin jetzt hier. Ah, und ich wollte schon gefragt haben, wie man dann bitte zur Drach-Terrasse kommt, wenn man nach unten fährt. Ja, brillant. Okay. Jetzt sind wir wieder unten. Mensch. Äh, okay. Ich habe das Gefühl, dass wir noch lange nicht alles gesehen haben. Ähm, ich glaube, dass es hier oben auch noch einiges zu sehen gibt. Aber jetzt muss ich mal so langsam auf die Tube drücken, dass das Video nicht zu lang wird. Schließlich. 20 Minuten. Das bedeutet, diese Einsendung ist schon mal eine richtig krasse Einsendung. Ähm, aufzugrufen. Ach so, es ist... Aha. Ah, das ist das Treppenhaus. Wait a minute. Wait a second. Give me this... Ah, hier haben wir einen Elevator. Ein Elevator. Der Elevator bringt mich nach oben. Das funktioniert auch. Mensch, cool. Es gibt sogar einen Aufzurufen-Knopf. Yeah, man. Mensch, cool. Und hier gibt es ein Nether-Portal, das man an- und ausschalten kann. Wow. Heftig. Super heftig. Paff. Das hört sich immer grauenhaft an, wenn so ein Nether-Portal rausgeht, finde ich. Schlafzimmer. Darf ja auch nicht fehlen. Ui, was für ein schönes Schlafzimmer. Toilette. Auch nochmal eine Toilette. Ich glaube, wir haben jetzt so 90% von allem gesehen, was es gibt. Den Matrix-Raum möchte ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Es hieß ja, den solle man sich zum Schluss ansehen. Also 1, 2, 3. Ich drücke den Knopf und nichts passiert. Ah, nee. Schon gut, habe nichts gesagt. Da. Äh, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, alles klar. Danke fürs Spiel. Alles klar. Ja, das ist so ein Raum. Ähm, ja, herrlich. Das ist Matrix-Laderaum. Ich weiß, das ist, ähm, ja, da kann man echt Spaß mit haben. Also, diese Räume können euch echt, also Minecraft, was man da alles Schönes machen kann heutzutage. Ja, äh, vielen Dank fürs Spielen. Ja, nicht nur fürs Spielen, fürs Spielen. Vielen Dank für diese wundervolle Map. Ich finde das witzig, wie ich hier im Void stehe. Hallo, Leute. Herzlich willkommen zu The Voidcraft. Ja, mega nice. Vielen Dank für diese coole Einsendung. Ich freue mich zu sehen, dass ihr solche coole Sachen gebaut habt. Und, ja, ihr könnt ja mal gerne in der Videobeschreibung euch den YouTube-Kanal angucken, der da verlinkt ist. Und in diesem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Bis bald. Und, tschau. Bis zum nächsten Mal.